Sportlich können wir alle die Tabelle lesen, wissen wir um was es geht. Ansonsten haben wir natürlich auch im Hinterkopf, dass es ein Derby ist. Wenn auch nicht das ganz große, aber es ist für unsere Fans ein Derby. Da haben wir dieses Jahr bis hierhin sehr, sehr gut abgeschnitten. Und es wäre doch nett, wenn wir da einfach das Ding komplett zumachen dieses Jahr und alle Derbys für uns entscheiden. Es ist natürlich schade, dass wir unsere Fans nicht im Stadion haben, dass wir unseren Support zu Hause nicht haben. Das ist definitiv nicht so, wie wenn du deine ganzen Fans lebend hinter dir hast und mit der ganzen Stimmung und der ganzen Atmosphäre. Aber es ist natürlich ein optisch wirklich schönes Bild, was sich da zeigt in diesem Stadion. Man sieht keine leeren Ränge, sondern alle Menschen können sich freuen, die es noch nicht gesehen haben am Wochenende, wenn es dann im Fernsehen kommt, dass es wirklich atmosphärisch wirkt. Aber natürlich wissen wir auch, dass diese Pappkameraden auch ein Stück weit ein Mahnmal sein sollen nach dem Motto, Fußball ohne Fans ist nicht das, was es ist. Und es ist übrigens auch nicht das, was wir uns wünschen und was wir wollen. Ich glaube, sich darüber Gedanken zu machen, warum das jetzt so ist, dass wir zwei Spiele gewonnen haben, die Frage stellt sich uns nicht. Weil wir es gerne anders hätten, weil wir uns jetzt zu Hause gegen Leverkusen wohler fühlen würden, natürlich auch, wenn unsere Fans da sind. Trotzdem haben wir gesagt immer, wir wollen die Situation so annehmen, wie sie ist. Und das hat aber auch Leverkusen sehr gut in Bremen gemacht. Ich glaube, alle Mannschaften stellen sich mittlerweile ganz gut darauf ein. Wir haben insgesamt einen sehr ordentlichen ersten Restart-Spieltag gesehen, hatte ich den Eindruck. Und trotzdem sind wir alle noch mal besser, wenn die Fans dann wieder im Stadion sind. Ich glaube, dass wir uns mit Säden hierherin nicht zu sein können, dass wir heute auch mal besser aussehen, dass wir in der Serie und das so etwas weiter handeln wollen, können wir wollen. Und dann setz uns jetzt in der Serie ein. Und dann dann? Und dann?